Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Homes. So, äh, die Busforum. Silberwaffe herrschen. Versuchen Sie mit dem gefundenen Material einen Silberdurchherzustellen. Das Hammer. Wenn ich jetzt aber das nehme, ändert sich hier nichts. Das war ja halt dieser, 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 dieser Red Cliff, der Tote auf jeden Fall. Irgendwas fehlt noch. Let's try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. Oha! 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 Soa I can move on to the bottom left. Oha! 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 A home-made silver knife. Excellent, we have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Oh, okay, okay, the devil did the damage from the dump. Then he threw his gold in the hole, so to destroy him. It's not a silver knife we found! Oh, 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 oh! But... Was ist, wenn wir jetzt das nehmen und das Silber durch. Er tötete Zerlockner, um den Pfund zu vertuschen. Für ihn war das der einzige Weg, die römische Sterbe für groß angelegte Ausgraben zu bewahren. Er verwendete eine silberne Reproduktion des goldenen Dolches von Mithras. Putkin war von Bencliffe gedemütigt worden. Daher entwarf er einen Plan, um zuerst Bencliffe aus dem Weg zu räumen und danach die Termen zu öffnen. Er glaubte, der mysteriöse Mord würde die Öffentlichkeit anziehen. Ich bin dafür. Das ist ein arroganter Fatzke. Was anderes, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Was nun? Also ein selbstgemachter Silberdolch ist schon was Nices, muss ich sagen. Hm. Ach, und jetzt verstehe ich das. Ich hätte das gebraucht, um von Anfang an den richtigen Weg zu finden zu müssen. Ja. Ja. Ich bin so dankbar dafür, dass Sie ein solch großer Direktiv, wie Sie auch ein solch großes Herz haben. Ich bin so dankbar dafür, dass Sie dann ihre Entscheidung zu gestehen, mit einem lieben Freund und gleichzeitig den Forder auf meine Slamm-Amp-Level. Äh, ohloi, das sehe ich jetzt erst. Okay. Als Frühgutarchäologen zeichnet der immer und überall die Schätze im Boden erkunden wird. Wer wirklich, wer diesen Beruf bereits seit 25 Jahren ausgeöffnet wird, findet er immer noch gefeilender. Äh, nee, ich denke, der hier ist es. Ich denke, der ist es. Ich bin so dankbar dafür, dass Sie mir hierher kommen müssen, Herr Rodney Bentcliffe, in cold blood, und Sie haben es für Geld gemacht. Was? No, das ist nicht wahr. Ich bin so dankbar dafür, dass es ist. Das ingenuele Ghost Weapon, das Sie benutzt, nur für die Prämeditationen zu tun hat. Du bist so dankbar. Es war eine spectaculare Felony, eine der intrigued die Polizei und die Presse unterstützt. Scandal ist ein sehr guter means für den öffentlichen Wissen zu bringen. Und dann, of course, es hat mich auch gemacht. Du hast es all falsch. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Er entwarf einen Plan, um zuerst Bencliff aus dem Weg zu räumen und danach die Thermen zu öffnen. Er schmolzene Silbermünzen zu einer silbernen Reproduktion des goldenen Dolches in Mithras zusammen. Tötete Bencliff. Aber wartet mal, jetzt stelle ich gerade die Frage. Kennt er diesen Dolch überhaupt? Egal. Er glaubte, Mr. Remond würde die Öffentlichkeit anziehen und somit ihn als Besitzer reich machen. Das ist jetzt die Frage. Wusste er von dem Dolch? Ich kann ja noch ein anderes Ende wählen zur Not. Wusste er von dem Dolch oder wusste er nicht, dass es diesen Dolch gibt? Aber der war ja schon mal dort. Der muss ja dort unten gewesen sein, weil da... Aha. Es ist falsch. Ja, wir machen das mal. Dann ist es nämlich der andere. Wir machen das jetzt einfach. Dann ist es der andere. Der mit dem Bart. So kann man sich täuschen. Mann, Mann, Mann. So kann man sich täuschen. Dann war das nämlich der. Tja, Blick und Wuster, dass Bencliff die Lorbein für den Pfund des goldenen Dolches alleine einstreichen wollte. Daher plant der Kalbpflichtig den Mord. Er hat sein ganzes Leben dem goldenen Dolch gewidmet. Wir nehmen das. Was? Ne, ist doch aber richtig so. Ist doch aber richtig so, hä? Na, Alter. Weil nur bei so einem Wichser, der alles einheimzen will. Das ist das, der goldenen Knife. Wie? Ich also like to dig, you see, Mr. Blinkhorn. One never knows what one might find. Occasionally, remarkable rarities, such as this. The thrill of the Discovery, and one's own enhanced reputation. Wouldn't you agree? Well, are you suggesting that... I am not suggesting anything. I know. You found the knife. You are an intelligent man. The Ghost Knife shall remain one of the most ingenious constructions I have seen in my career, I do assure you. I don't understand. Yes, you do. I am praising your performance. Your perfect murder. What? Wait, are you accusing me of murder? No, I deny it. Mr. Blinkhorn, it is no use to deny it. I know the truth. You had no choice. Because it was you who found the golden knife. And therefore, you had to be the murderer. Sir Rodney was determined to receive all the credit for the find, when in fact it was your work. He would have crushed you, to be sure that you could never tell the truth. But I uphold the truth. And I will tell it. What do you mean? That you will save me? What I mean is that you deserve a second chance. I shall be following your career with the keenest interest, Mr. Blinkhorn. Farewell. Der was? Was ein Arsch? Hä? Lol, war das doch der dritte... Ach, leckt mich doch am Arsch. Bestätigen. Okay. So, das war es mit der Folge. Der dritte Fall ist abgeschlossen. Noch drei weitere Fälle folgen. Mal schauen, wie die sind. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da für den kompletten Fall. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ich hoffe... Entschuldigung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spott. Genießt den Tag und bye bye. Bis dann, bleibt uns spott.